Wir sind geboren, um frei zu sein Drei von Millionen, wir sind nicht allein Der Weg begann schwarz, weil wir über Frankfurt jetzt endlich Berlin Angekommen bei The Voice und Gott sei Dank im besten Team Wir wollten immer fliegen, aber bisher geht es nicht Bis zu diesem Zeitpunkt, in dem der Schall die Stille bricht Wir wollen es jetzt, wir können nicht warten Die Welt gehört nur uns, kämpfen ganz allein, können nichts erwarten Der Beweis sind wir drei uns Denn Ab heute kümmert mich nicht mehr, was all die anderen sagen Lebst du nicht deinen eigenen Traum, dann kannst du lange darauf warten Hältlich gab man uns die Chance, das zu tun, wofür wir leben Danke Siki, an der Straßenleben, Garten hin Wir sind geboren, um frei zu sein Drei von Millionen, wir sind nicht allein Nein, wir sind nicht allein Wir sind geboren, um frei zu sein Drei von Millionen, wir sind nicht allein Nein, wir sind nicht allein Digger, wir atmen ein Mach hier draus, guck mal wie der Förster zittert, weil er hört, wir haben's draus Guck nicht von alleine, wie du sicher weißt Sag an täglich für diese Vision, auch wenn es nichts erreicht Alles, was du haben, sagen, denken willst, das kannst du auch Trau dich, glaub an dich und mach was draus Die Welt ist unser, komm, wir mischen sie auf Denn wir müssen hier rauf Digger, wir müssen hier rauf Wir sind geboren, um frei zu sein Drei von Millionen, wir sind nicht allein Nein, wir sind nicht allein Wir sind geboren, um frei zu sein Drei von Millionen, wir sind nicht allein Nein, wir sind nicht allein Nein, wir sind nicht allein Steh vor zu den Sternen, genau bei den Fans, niemand trefft mich auf Wir sind Champion Ich bin der Champion Ich bin der Champion Ich bin der Champion Ich bin der Champion Ich steh hier wie ein Champion Das ist Friedhoff! Wuhu! Das war toll! Ihr Drei! Ihr hattet eigentlich eine besondere Aufgabe Wie haben sie es denn gemacht, Sido? Ich wollte, dass sie beide ihren eigenen Text schreiben Weil das ist, womit man als Rapper am besten überzeugen kann Ich finde, das habt ihr sehr gut gemacht Oder Mark? Das war doch gut Besonders die zweite Mark? Ist dir das aufgefallen? Ja, ich wurde gedisst in eurem Track Und ich will gar nicht so viel dazu sagen Ich werde auf jeden Fall ein Gegen-Diss-Track hochladen Und ich werde euch in elf Minuten rasieren auf Youtube Warte zurück Aber ich finde auch, Gia hat sich sehr, sehr gut eingefügt Als Werte in a Band Es hat sehr, sehr gut funktioniert alles Ihr hattet sehr viel Spaß Und uns hat das auch sehr viel Spaß gemacht Danke für die Show Das hat mir sehr gut gefallen Da war viel Platz für Philip & Danny Trotzdem, Sierra war überhaupt nicht versteckt Der war da Ich fand das Also ich muss ehrlich sagen Ich könnte das jetzt nicht entscheiden Ich fand auch alle drei super Allerdings hätte ich mir ein bisschen mehr von Seat gewünscht Einfach gesanglich Weil du hast ja immer denselben Satz gesungen In der ersten Stufe hat er auch eine eigene Passage gehabt Genau, da hat er auf jeden Fall ein bisschen was gehabt Aber ich einfach so für die Entscheidung Finde ich das nur ein bisschen schwer Aber sonst fand ich es sehr, sehr schön Okay, danke Sieh du, du sahst immer gerade so aus Als wenn du noch so hin und her überlegst Ja Du bist dir noch nicht ganz so sicher, oder? Nee Hm Nee Ich muss dich fragen Wieso haben die Jungs Hab ich das Gefühl Die sind ein bisschen benachteiligt jetzt Dass die rappen Weil ich hab das Gefühl Du Du willst nicht nur einfach den Rapper bevorziehen Weil du auch Rapper bist Nee Auf keinen Fall will ich das Und deswegen hab ich auch ein bisschen Kritik An euch In eurem Text hätte ich mir ein bisschen mehr von euch gewünscht Also von euch zu erfahren Ihr habt versucht das Thema zu treffen Aber man hätte auch ein bisschen mehr von euch erfahren können Finde ich Nichtsdestotrotz Seid ihr sehr versierte Rapper Und ich finde ihr gehört in diese Show So So Dankeschön Okay Dann entscheidet es sich Jetzt eigentlich zwischen Rap oder Pop Ich bin sehr gespannt auf diese Entscheidung Ich bin Rap Ich bin Soul Ich bin Jazz Rock'n'Roll Ich bin Cool Easy Fresh Du bist Hard Denn ich bin Dope Ich bin Rap Ich bin Soul Du bist Hard Denn ich bin Dope Alle schreien gleichlos Weit Keine Life Skyfall Ich bin Rap Ich bin Soul Ohhhh Also alle Stühle hinten sind besetzt Jetzt ist die Überlegung Soll Shia einen Platz einnehmen oder nicht? Der Countdown läuft ab jetzt Ach Leute Ach was soll Okay Und damit ist es entschieden Es geht für dich vorerst weiter Jetzt geht es mir richtig gut Ja Jetzt geht es mir richtig gut Oh Mann Oh Und damit müssen wir uns leider von Charlie an dieser Stelle verabschieden